Also ich heiße Mahnaz. Ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne in Köln-Munheim. Bei mir war ganz schwierig, weil ich kann nicht immer zur Schule gehen. Es war Quarantin und sowas. Man kann nicht Familie treffen, Freunde treffen. Es war alles schwierig, kann man sagen. Es war mein Mahnaz, mein Bissalame, ich habe alle Leben. Ich habe eine Impfung. Ich habe eine Impfung. Ich habe eine Impfung. Ich habe alles gut. Ich sage Ihnen, ich habe eine Impfung.